Moin Freunde, heute geht es mit der Peer Group Reihe weiter und wir schauen uns mal einen neuen Sektor an, diesmal die Verteidigungs- und Rüstungsaktien. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine Meinung und Abfahrt. Wir schauen mal vorab so ein bisschen auf diesen fundamentalen Ergebnisscreen, einmal kurz über die Aktien drüber. Mit dabei heute Lockheed Martin, dann L3 Harris, dann Northrop Grumman, Minarik, deutsches Unternehmen, dann haben wir hier Raytheon und Rheinmetall. Wie immer, gucken wir zunächst mal so ein bisschen, was die machen, womit sie ihr Geld verdienen und schauen dabei in den Aktienfinder rein. Wir starten bei L3 Harris. Drei Segmente, wir haben hier das Segment Communication Systems und hier geht es um Satellitenkommunikation, um Funk-Technologien beispielsweise, aber da spielt auch der Bereich Cyber Security mit rein. Und wenn wir mal gucken hier, das sind gute 24,5% der Umsätze. Dann haben wir den Bereich Integrated Mission Systems und hier geht es dann um Aufklärungs- und Überwachungssysteme, aber auch Systeme zur elektronischen Kriegsführung. Dieses Segment hier, 40,2% der Umsätze, damit auch wichtigstes Segment. Und dann haben wir zuletzt Space und Airborne Systems. Hier geht es um Systeme zur Luftraum, aber auch zur Weltraumüberwachung, aber auch eben Systeme, die Informationen sammeln und immer Informationen analysieren. Und dieses Segment hier, gut ein Drittel der Umsätze, 35,2%. Soviel zu L3 Harris. Wir springen damit zum nächsten. Wir springen dann zu Rayseon. Schauen wir dann mal, was Rayseon mit seinen vier Segmenten so macht. Wir starten mit Collins Aerospace und hier geht es um den Bereich Luft- und Raumfahrt. Unter anderem werden da neuartige Raumfahrtanzüge entwickelt. Dann haben wir ja Pratt und Whitney, ehemaliges, auch alleinstehendes Unternehmen. Inzwischen eben ein Segment, eine Division von Rayseon. Was machen die? Hier geht es um den Bereich der Luftfahrt. Dann haben wir ja Rayseon Missiles und Defense und hier kommen wir mehr in den klassischen Defense-Bereich. Dieses Segment hier, 21% der Umsätze. Die anderen beiden um die 29, also fast 30 jefalls Missiles und Defense. Hier geht es eben dann um den Verteidigungsbereich, unter anderem ballistische Systeme, Raketen, Technologie, aber auch Abwehrsysteme an der Stelle. Und dann haben wir Rayseon Intelligence und Space. Und hier geht es unter anderem um fortgeschrittene Technologien, beispielsweise Künstliche Intelligenz, Cyber Security, Datenanalyse, aber auch wieder so ein bisschen den Bereich des Weltraums. Auch dieses Segment hier, 20% der Umsätze. Damit springen wir zum deutschen Unternehmen zum ersten, zu Minarik. Minarik hier zwei Segmente. Wir haben das Segment Space mit 68,7% der Umsätze und das Segment Air, also Luftfahrt mit 31,3%. Beide Segmente haben natürlich so, ich sag mal, von der Steighöhe hätte ich fast gesagt, einen etwas unterschiedlichen Fokus. Aber grundsätzlich geht es bei beiden um das Gleiche und zwar um die lasergestützte Kommunikation, also die Laserkommunikationstechnologie. Damit springen wir zum bekanntesten deutschen Rüstungskonzern, Rheinmetall. Rheinmetall hat vier Segmente. Wir fangen mal mit dem Segment Vehicle Systems an, hier 35,1% der Umsätze und hier geht es unter anderem eben um die gepanzerten Kettenfahrzeuge, ABC-Schutzsysteme, um die Artillerie, um Turmsysteme, um taktische Radfahrzeuge, um logistische Radfahrzeuge. Also da unter anderem dann ja auch der bekannte Panzer Leopard zu finden. Dann haben wir den Bereich Weapon und Ammunition mit 19,5%. Und hier ist klar, hier geht es um Waffen und Munition, es geht um Treibladung, es geht aber auch zum Beispiel um Schutzsysteme. Dann kommen wir zum Bereich Electronic Solutions, 13% der Umsätze. Hier geht es zum Beispiel dann um Flugabwehrsysteme, Systeme, die Soldaten mit sich tragen, Führungs- und Aufklärungssysteme. Also auch hier sind wir noch komplett in diesem Rüstungsthema mit dabei. Dann kommen wir zu Bereichen, die nicht mehr klassische Rüstung sind. Einmal hier Sensors und Actuators. Um was geht es hier? Zum Beispiel im Bereich Schadstoffreduzierung, Magnetventile, Wasser, Öl oder Vakuumpumpen. Materials und Trade mit 11,6% der Umsätze. Hier geht es beispielsweise um Motorblöcke, um Gleitlager und Buchsen, aber auch das weltweite Ersatzteilgeschäft. Und da merkt man eben, Rheinmetall hat eben diesen klassischen Rüstungsanteil und dann eben auch diesen Teil, ja, Automotive, wo man dann so, ja, eher in den klassischen Industriebereich, in den klassischen Maschinenbau reinkommt. Schauen wir zum nächsten Unternehmen, Northsorp Grumman. Hier hat man wiederum vier Segmente. Wir schauen mal alle vier etwas näher an. Zunächst Space Systems, 31,7% der Umsätze. Ja, und hier geht es dann eben wieder um den Bereich Weltraum. Unter anderem auch, wie man Nutzlasten in den Weltraum bringen kann, um Antriebssysteme, um Satelliten und oder zum Beispiel auch um Weltraumfahrzeuge. Dann haben wir den Bereich der Aeronautic Systems mit 27,2% und hier ist klar, hier geht es eben um den Bereich der Luftfahrt. Dann haben wir den Bereich Mission Systems mit 26,8% und hier geht es dann zum Beispiel um Feuer, Leitsysteme, um die elektronische Kriegsführung, um Aufklärung oder auch Überwachung. Und dann haben wir den Bereich Defense Systems, 14,4% der Umsätze, der kleinste Bereich und hier geht es zum Beispiel um Waffensysteme, um Munition, um taktische Raketen oder Lenkflugkörper. Und dann zu guter Letzt springen wir zu Lockheed Martin, Lockheed Martin hier auch wieder vier Segmente und auch hier sehen wir wieder ein relativ ähnliches Portfolio, also fast so die Mehrheit aller dieser Firmen hat. Wir haben hier den Bereich Aeronautics, wo unter anderem ja auch die bekannten Kampfflugzeuge von Lockheed Martin dann angedockt sind, 40,9% der Umsätze. Dann haben wir den Bereich Rotary und Mission Systems, wo es wieder um die Kommunikationsüberwachungssysteme etc. geht mit 24,5% der Umsätze. Wir haben den Bereich Space, den Bereich Weltraum, 17,5% und wir haben den Bereich Missiles und Fire Control, also die Feuerleitsysteme, Lenkflugkörper, Raketenabwehr, 17,2%. Und da sehen wir schon, alle Unternehmen haben relativ ähnliche Schwerpunkte. Minarek sticht jetzt vielleicht so am weitesten raus, aber insgesamt doch immer so ein paar Parallelen, die wir bei allen entdecken können. Wir springen mal auf die Fundamentalkennzahlen und die habe ich wie die letzten Male auch hier für euch natürlich wieder zusammengetragen und dann gleich begront. Wenn wir vorhin auf die Marktkapitalisierung schauen, ist ganz klar, Rayesian hier das größte Unternehmen, direkt vor Lockheed Martin. Minarek hier sticht oder fällt ja komplett raus, wenn man das jetzt mit Rayesian vergleicht. Also da ist natürlich ein ganz anderes Rennen. Ich habe sie trotzdem mal mit reingenommen, weil mir das zwei, drei Leute, die sich mehr mit dem Thema Defense-Aktien beschäftigen, die fanden das Unternehmen ganz interessant, deswegen hier auch mit dabei. Wir schauen den Bereich Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre an und sehen hier Elswee Harris ganz, ganz stark mit dabei. Kommt aber auch daher, dass es eine Fusion gab, was das Ganze hier, ich habe die Datenbasis von TraderFox genommen, eben mit so einem Sprung etwas verfälscht. Ich habe es erstmal so übertragen, wenn wir das allerdings dann näher anschauen würden, gerade über die letzten drei Jahre, würden wir zum Beispiel sehen, dass der Umsatz da wieder von diesem kombinierten Konzern etwas gesunken ist. Minarek hier tatsächlich das Unternehmen, was am stärksten organisch auch wachsen konnte. Umsatzwachstum der nächsten vier Jahre im Prozent pro Jahr. Und dann sehen wir, die meisten werden gar nicht so stark wachsen, die amerikanischen Unternehmen, fast eher hier so Slow bis Average Grower. Bei Rheinmetall geht man von sehr, sehr starkem Wachstum aus, natürlich auch durch dieses hohe Investitionspaket der Bundeswehr. Und bei Minarek sagt man eben hier 156,25 Prozent. Das ist natürlich eine sehr, sehr sportliche Angabe, wo natürlich dann auch viel mitschwingt. Wir sind hier bei einem Wachstumsunternehmen, was es noch frisch gibt, was auch bisher nicht profitabel arbeitet. Und deswegen sticht dieses Unternehmen natürlich aus diesem Gesamtkontext der anderen Fünfe so ein bisschen auch heraus. Wenn man natürlich auf so einen potenziellen Fastgrower setzen möchte, kann man hier hinschauen. Aber wie gesagt, da mit Vorsicht, denn ob diese 156 Prozent zu eintreffen, ist dann immer so die Frage. Hier diese Datenbasis habe ich dann dem der Prognose von FactSet, also dem Aktienfinder entnommen. Wir schauen auf die operativen Margen und Minarek hat natürlich keine, weil sie bisher nicht profitabel arbeiten. Hier Lockheed Martin mit 13,2 Prozent mit am stärksten, aber auch Elswee Harris und Rheinmetall hier mit oben dabei. Die beiden anderen nicht ganz so stark. Dividendenrendite hier 2,68 Prozent gerade bei Lockheed Martin, aber auch Elswee Harris im ähnlichen Niveau, genauso Raysian. Dividendenwachstum zuletzt bei Rheinmetall mit 24,41 Prozent, extrem stark im 5-Jahres-Zeitraum, aber auch Elswee Harris mit 14,13 Prozent. Die können sich sehen lassen. Natürlich hier spielt sicherlich auch die Sonderkonjunktur so ein bisschen mit rein. Lockheed aber mit 8,51, auch das ist ordentlich. Ausstellungsquote vom Free Cashflow hier am besten bei Elswee Harris mit 39,1 Prozent. Wenn wir auf die Dividendenerhöhung gucken, dann ist eben auch sehr schön zu sehen, wir haben hier 3 Unternehmen mit Northrop Grumman, mit Elswee Harris und mit Lockheed Martin, die tatsächlich hier sehr kontinuierlich zahlen. Jetzt habe ich Raysian gerade übergangen, auch 25 Jahre, das ist auch sehr ordentlich. Rheinmetall erst seit 2 Jahren wird die Dividende erhöht und seit 2 Jahren nicht gesenkt. Das ist dann natürlich nicht so richtig der klassische Dividendenwert, aber die anderen hier sehr, sehr ordentlich mit dabei. Total Return der letzten Jahre, ja, Minarek hier leider negativ, ich weiß gar nicht, ich glaube, da waren sie nicht mal 5 Jahre, sind wir nicht mal auf 5 Jahre gekommen. Raysian hier mit 7 Prozent, könnte etwas mehr sein, Elswee Harris und Northrop Grumman auch nicht ganz so schön, mit nur 7,13. Lockheed dann mit 9,5, finde ich schon ordentlich. Und Rheinmetall hier mit 20 Prozent. Naja, das kam natürlich auch durch diesen Kurssprung. Wenn ich mir das jetzt hier überlegen würde, würde ich trotz allem Lockheed mit am interessantesten finden, genauso Elswee Harris. Und mit Abstrichen auch Rheinmetall, wobei ich bei Rheinmetall das Ganze auch so ein bisschen als Sonderkonjunktur sehe. Wenn wir hoffentlich bald wieder Frieden in Europa haben, könnte sich das hier auch wieder rückwärts bewegen. Wir schauen trotzdem nochmal gemeinsam auf den Chart der drei Aktien, die ich am interessantesten finde. Und wir starten mal bei Rheinmetall. Ja, was wir hier direkt sehen können, ist eben dieser sehr, sehr starke Kurssprung. Hier sehen wir jetzt keine Lücke, sie wäre da. Ja, grundsätzlich hatten wir eine lange Seitwärtsphase, so bis 2016. Seitdem sind wir jetzt aufwärts gekommen. Und wenn wir jetzt in den Weekly Chart sehen, dann sehen wir eben hier diesen Sprung, wo es dann auf einmal zum Krieg kam. Und danach eben die Aktie hier nochmal ordentlich gestiegen. Momentan hier in einer kleinen Korrektur. Und da würde ich persönlich erstmal abwarten, ob wir nicht immer auf dieses Niveau von den 223 Euro hier kommen. Denn hier haben wir natürlich dann auch eine schöne Supportzone. Schauen wir mal weiter bei Lockheed, wie mir die Chart technisch gefallen. Ihr seht schon, ich habe schon was eingezeichnet. Wir haben hier zuletzt eine sehr, sehr schöne Trendlinie auch gehabt. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Wenn wir nochmal in die weitere Vergangenheit zurückgucken. Ja, hier etwas choppy teilweise der Chart, aber grundsätzlich in Aufwärtsbewegung. Aber dann hier so seit, ja eigentlich so seit 2008, 2009 der Finanzkrise, dann noch etwas seitwärts. Dann schön stabil aufwärts mit Trendlinie. Das finde ich erstmal sehr schön. Und wir sehen hier eben auch, wir kommen der Trendlinie so langsam wieder nah. Hier aktuell haben wir zuletzt etwas korrigiert. Ihr seht es, ich habe die Supportzone schon für euch eingezeichnet. Und ja, wir bringen hier eben quasi diesen Support mit. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass die Korrektur hier jetzt bei Lockheed Martin stoppen würde. Und dann hätten wir hier ein potenzielles, spannendes Kaufsignal. Wir schauen die letzte Aktie an. Elswee Harris, da habe ich sie auch schon gefunden. Wie sieht die Chart technisch aus? Wir sehen auch hier am Anfang so eine Seitwärtsphase. Danach aber aufwärts. Insgesamt der Chart natürlich auch langfristig aufwärts gerichtet. Momentan mit der etwas stärkeren Korrektur mal wieder. Und wenn wir hier reinschauen, ist sie so ein bisschen, ja, im No-Mens-Land ein Stück tiefer noch. Dann bildet sich hier eine Supportzone, wo wir möglicherweise in die Umkehr kommen könnten. Dieses aktuellen, dieser aktuellen Korrekturbewegung. Aber noch ist die Aktie hier abwärts gerichtet. Ja, in Summe sechs Verteidigungsaktien. Ich habe keine davon als Einzelwerte im Depot. Ich bin kein unbedingter Freund, direkt in Rüstungsaktien zu investieren. Habe sie aber sicherlich in dem einen oder anderen Welt-ETF mit dabei. Am schönsten, oder wir haben gesehen, fundamental waren drei Aktien am überzeugendsten. Das waren eben Rheinmetall, einmal aus Deutschland. Insbesondere eben, weil sie zuletzt sehr, sehr stark auch performen konnten. Dann Lockheed Martin, so ein bisschen, ja, ist für mich fast der Klassiker der Rüstungskonzerne. Und Elswee Harris. Am schönsten im Chart hat mir tatsächlich das aktuelle Bild bei Lockheed Martin auch gefallen. Ansonsten aber eben auch spannend, Munarik, dieses kleine Wachstumsplay, diese kleine Wachstumswette. Auch da könnte man natürlich überlegen, ob man das mitspielen möchte. Hast du Rüstungswerte im Depot oder sagst du, du lässt von Rüstung auch eher die Finger wie ich? Schreib es mir gerne in die Kommentare und schreib mir natürlich auch gerne, welchen von den Werten du am spannendsten findest. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Freunde. Ciao. Tschüss.